Hallo und Grüß Gott aus Zimmer 124 im Hotel Arvani in Bentota Sri Lanka. Ich zeige euch mal mein kleines Zimmer. Zuerst einmal hier das Badezimmer, die übliche Toilette, Föhn, Rasierspiegel, ein Waschbecken und die Dusche mit Blick raus ins Zimmer. Und hier kommen wir dann zum Schrank mit Safe, einem großen Regenschirm. Wir haben Monsoonzeit, hier regnet es öfters. Da braucht man den großen Schirm. Der Schrank hier zur anderen Seite hat perfekt über Bademäntel und Schlappen. Sehr schön. Und dann gehen wir mal weiter durch dieses schöne Zimmer. Da kommen wir zum Minibar. Nichts Großartiges drin, aber doch etwas. Und hier oben ein bisschen Knabber Zeugs und Glas. Hier ist die Teebar. Und das schöne große Bett hier. Doppelzimmer. Sehr nett. Flatscreen-Fernseher, wie es sich heute gehört, mit einem kleinen DVD-Spieler. Unten drin Sitzgelegenheiten, Telefon. Ja, alles in allem. Ein sehr schönes Zimmer dieses Vier-Sterne-Hotels in Bentota mit Blick auf den Indischen Ozean. Da gehen wir jetzt hin. Ein Blick auf mich. Hallo. In diesen Spiegel. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Da brauchen wir ein bisschen Kraft, um diese Tür aufzumachen. Irgendwie. Oder zwei Hände. Das machen wir doch mal. Ah, die geht nach außen auf. Das muss man auch erst mal wissen. Und da erschlägt einem die Hitze und Feuchtigkeit. Und da gehen wir raus und haben diesen wunderschönen Pool vor uns. Verbunden mit dem draußen des Indischen Ozeans im Hintergrund. Da drüben ist das Restaurant. Oder eines der vier Restaurants. Hier ist einer der zwei Pools. Und dort drüben ist noch ein Restaurant. Das Hotel Avani ist dem einen oder anderen vielleicht als früheres Serendipity Hotel bekannt. Und das ist das Zimmer dann von außen, vom Balkon aus, von der Terrasse. Genau. So. Das ist der Blick. Da können wir mal ein bisschen hier hoch gehen. Und dann seht ihr im Hintergrund den Indischen Ozean. Derzeit ist Monsunzeit. Also ist es nicht ratsam, schwimmen zu gehen. Bis zur Hüftekammer rein und danach wird es lebensgefährlich. Dann zieht ihr nämlich der Sog mit raus. Dann kommt man irgendwo wieder raus. Verschwemmt. Ja. So. Das ist der Blick. In das Zimmer. Eins so viel. Vom Avani Hotel in Bentota, Sri Lanka. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und verbleibe damit. Ciao. Servus. Und auf bald.